Es ist total wichtig, dass wir alle auf die Straße gehen und demonstrieren. Leute, geht's da hin. Ist wichtig, wir supporten das. Seid dabei am 20.09. Ich freue mich über jede und jeden, der kommt. Wenn wir mit dem Planeten weiter so umgehen, dann ist die Geschichte bald vorbei. Am Freitag, 20.09. geht ihr hin. Geht ihr hin. Fridays for Future. Egal wo ihr wohnt, Meppen, Pforzheim, Bielefeld, Berlin, Hamburg, Köln, kommt mit auf die Straße. Es geht uns alle was an. Es ist unser Planet, dich, mich, unsere Zukunft. Darum müssen wir laut sein und auf die Straße gehen. Bis zum nächsten Mal.